Stefan hat mir geschrieben, 75% bei euch ist Schriftsprache, 25% Mundart und das mache ich jetzt etwa so. Du hast etwa 75% Hochdeutsch und der Rest ist dann Mundart. Also ich habe eine Predigt mitgenommen zum Thema Zweifeln erlaubt und wenn ihr die Bibel dabei habt, dürft ihr gerade mit mir mitlesen. Johannes 20 Vers 24 bis 29 Johannes 20 Abvers 24, da steht Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und zieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Steht hier zu Beginn, Thomas aber, der Zwilling genannt wird. Thomas ist Aramäisch und heisst auf Deutsch übersetzt Zwilling. Und man nannte ihn auf Griechisch Didymos und das heisst auf Deutsch übersetzt Zwilling. Ja, also vielleicht war er Zwilling. Ich weiss nicht von seinem Zwillingsbruder, vielleicht hatte er eine Zwillingsschwester. Keine Ahnung, jedenfalls dieser Thomas, der wird im Johannes-Evangelium viermal erwähnt. Zum Beispiel in Johannes 11, Vers 16 sagt Thomas, Ja, lasst uns mitgehen und mit ihm sterben. Sehr fatalistisch so, dieser Thomas. Ein bisschen später sagt er, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Dann sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und auch hier in Johannes 20 erscheint Thomas nicht im besten Licht. Er war nämlich nicht dabei. Nachdem Jesus ja gestorben ist, auch verstanden ist, hat er sich den Jüngern wieder gezeigt. Und Thomas war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Ich habe mich gefragt, ja wo war denn Thomas? Warum war der nicht dabei? Manche Ausleger nehmen an, dass Thomas mit dem Schmerz alleine umgehen wollte, dass er die Gemeinschaft nicht ertrug. Ich weiss es nicht. Aber ich möchte den Umstand, dass Thomas hier nicht bei den Gläubigen, bei den Jüngern ist, nutzen, um uns daran zu erinnern, wie wichtig Gemeinschaft ist. Ich meine gerade in dieser jetzigen Zeit, es ist ganz wichtig, dass wir uns daran erinnern, was zum Beispiel der Hebräerbriefschreiber schreibt in Hebräer 10, 25. Da steht ja, deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich schon einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen. Spezielle Affaires in einer Zeit, in der man nicht mehr zusammenkommen darf, oder? Und ich habe mir so überlegt, vor einem halben Jahr, als da voll alles zu war, so ein Virus ist vielleicht die einzige Kraft im ganzen Universum, die es fertig bringt, dass Christen sich nicht mehr zum Gottesdienst versammeln. Ich meine, wenn Verfolgung ist, trifft man sich im Untergrund. Wenn Krieg ist, dann trifft man sich trotzdem noch, vielleicht ohne diejenigen, die an der Front sind. Wenn ein Virus nicht mal sichtbar für uns Menschen, dann versammeln wir uns nicht mehr. Und ich meine, das müssen wir natürlich so machen. Aber ich habe schon gedacht, das ist schon heftig, was das für eine Kraft ist, dieses Virus. Und ich möchte uns daran erinnern, dass wir Gemeinschaft brauchen. Auch wenn es physisch nicht möglich ist. Dass wir irgendwie Gemeinschaft nutzen. Vielleicht, dass wir einander telefonieren in der jetzigen Zeit. Einander schreiben. Ein Mail, ein Brief. Oder vielleicht halt im kleineren Rahmen, im Moment ist ja noch sehr vieles möglich. Ich weiss nicht, was nächste Woche wieder Neues verkündigt wird. Ich persönlich, ich bin kein Prophet. Aber ich sage bei uns, ich rechne mit stärkeren Massnahmen noch in den nächsten Tagen. Ja, und dann gibt es ja die digitalen Möglichkeiten. Da sind wir ja jetzt unterdessen gut darin. Zoom und all das Zeugs da. Und ja, ich bin jung, oder? Ich finde das noch okay so. Aber ich sage immer bei uns, diese digitalen Dinge, das sind vielleicht so wie Krücken. Ich nehme an, die meisten mussten schon mal mit Krücken gehen. Und ich kenne jetzt niemanden, der mit Krücken geht, wenn er normal gehen könnte. Also das, ja. Und ich sage so, die digitalen Möglichkeiten sind wie so Krücken. Sie helfen uns, bis es wieder richtig vorwärts geht. Und deshalb ermutige ich euch, nutzt alles, was irgendwie geht. Aber wir freuen uns, wenn es dann wieder richtig, Ja, wenn wir wieder alle, alle zusammen hier sein können. Zusammen singen dürfen. Ja. So mein Anliegen. Habt maximal mögliche Gemeinschaft. Im Moment ist das vielleicht mit zwei Familien oder wie auch immer. Habt maximal mögliche Gemeinschaft. Vielleicht digital, telefonisch, mit Kärtchen. Und dann, sobald es wieder möglich ist, nutzt die Möglichkeit, auch physisch zusammenzukommen. Also, ich habe ja damals vor einem halben Jahr gedacht, wenn wir dann wieder zusammenkommen können, dann freuen sich alle. Und dann sind wir alle wieder da. Und hab gemerkt, da kommen ganz viele gar nicht mehr. Ja, mein Anliegen ist so. Das ist wirklich ein tiefes Anliegen von mir, dass wir jetzt diese Krücken nutzen und dann mit einem möglichst gesunden Glauben aus dieser Krise wieder hervorkommen. Also, Thomas war nicht dabei. Warum auch immer. Vielleicht sind auch gewisse Menschen nicht mehr in der Gemeinde, weil sie so enttäuscht sind. So wie Thomas. Vielleicht enttäuscht von Gott. Enttäuscht von anderen Gläubigen. Vielleicht enttäuscht vom Pastor. Enttäuscht von der Gemeindeleitung. Enttäuscht von Christen. Denen will ich nichts mehr zu tun haben. Thomas war nicht dabei. Ich lese weiter Vers 25. Da sagten die anderen Jünger zu ihm. Jetzt ist er wieder da. Wir haben den Herrn gesehen. Also, wer nicht dabei ist, der verpasst etwas. Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägel male sehe, und meinen Finger in die Nägel male lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Thomas sagt, also wenn ich nicht meinen Finger in seine Wunden hineinlegen kann, dann glaube ich es nicht, dass er euch begegnet ist, dass er auferstanden ist. Thomas zweifelt. Thomas zweifelt. Und meine Frage hier ist, dürfen Christen zweifeln? Ich habe mir das so überlegt und habe so festgestellt, dass ich so die christliche Gesellschaft, ich nenne es mal die evangelikale Welt in unserem Fall, da zähle ich mich jedenfalls dazu, ich nehme uns ein bisschen gespalten wahr in dieser Frage des Zweifels. Ich sehe da auf der einen Seite vielleicht so diejenigen, die wir als eher progressive Christen bezeichnen würden, so vielleicht postmoderne Christen oder auch liberalere Christen. Und dort stelle ich fest, die sagen nicht, man darf zweifeln, die sagen, man muss zweifeln. Und sie zweifeln an allem. Man zweifelt dann, ob Gott wirklich in sechs Tagen diese Schöpfung gemacht hat. Man zweifelt daran, ob Jesus die Wunder wirklich getan hat. Man zweifelt daran, ob Jesus leibhaftig auferstanden ist. Wirklich, ob er von einer Jungfrau geboren wurde. Ich war in einem Pastorentreffen mit freikirchlichen Pastoren der Region. Da gab es einen Kollegen. Wir haben so diskutiert, auf welcher Grundlage arbeiten wir zusammen, treffen wir uns. Und dann sagt er, ja also, er glaube nicht daran, dass diese Wunder alle historisch passiert sind in der Bibel. Aber das spielt auch keine Rolle, hat er gesagt. Ja, er glaubt auch nicht daran, dass Jesus wirklich leibhaftig auferstanden ist. Ja, er hat an der Uni Theologie studiert, promoviert, sehr, sehr schlau, Theologe. Ich habe gemerkt, ja, es gibt auch diese Sichtweise. Und dann auf der anderen Seite, ich nenne es mal vielleicht eher die prämodernen Christen, die stark konservativen oder stark charismatischen Christen, die sagen, nein, also zweifeln darf man nicht. Ein Christ zweifelt nicht, ein Christ glaubt. Vielleicht auch schon gehört. Und dann gibt es so den Hinweis auf Jakobus 1, dass wer zweifelt, der bekommt nicht. Meine Frage ist, wo ist jetzt die Wahrheit? Wenn ich die Bibel betrachte, dann stelle ich fest, dass die Bibel einen sehr differenzierten Umgang mit dem Thema Zweifel hat. Da haben wir auf der einen Seite Beispiele, wo Zweifler sehr negativ bewertet werden. Denkt hier an Mose, der zweifelte an seiner Begabung. Und mir, wenn ich das so lese, habe ich so den Eindruck, irgendwann einmal jetzt Gott wieder Deku geklöpft. Ja, dann halt, schickt er der Aaron. Und er zweifelte. Oder dann die Kundschafter, zehn der zwölf Kundschafter, zweifelten daran, dass Gott, und was macht Gott? Er lässt das ganze Volk 40 Jahre in der Wüste umherirren. Und ich denke an den Zweifel des Zacharias. Ja, unmöglich kann meine Frau noch schwanger werden. Wird gerade stumm. Sehr negativ. Es erscheint uns so, als darf man eigentlich nicht zweifeln. Dann andererseits sehe ich aber Maria. Kommt der Engel und sagt, du wirst schwanger werden. Und sagt Maria, wie soll das gehen? Sie zweifelt. Dann sagt der Engel ja, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und sie sagt, okay, mir geschehe, wie du gesagt hast, ich bin des Herrn Magd. Sie hat gezweifelt und sie wird nicht getadelt für ihren Zweifel. Und ich merke so, es gibt wie unterschiedlichen Zweifel. Ich nenne den so, auf der einen Seite den suchenden Zweifel und auf der anderen Seite den ablehnenden Zweifel. Manche sagen dem auch den Zweifel der Voreingenommenheit und den Zweifel und den Zweifel der Unvoreingenommenheit. Also der suchende Zweifel, das sind Menschen, die suchen die Wahrheit. Sie sind unvoreingenommen. Sie stellen Fragen. Sie sind aber offen zu glauben. Und dann gibt es den ablehnenden Zweifel, also den Zweifel der Voreingenommenheit. Man weiss eigentlich schon, dass es eben nicht so ist. und sagt, ich zweifle daran und ist gar nicht offen für die Wahrheit oder dass es eine Antwort gibt. Ablehnender Zweifel ist Zweifel als Mittel zum Zweck, um nicht glauben zu müssen. Thomas hat meines Erachtens eindeutig einen suchenden Zweifel. Er zweifelt, dass Jesus auferstanden ist. Aber er ist offen, doch zu glauben, wenn sich Jesus ihm zeigt. Und wir sehen dann auch, als Jesus sich ihm gezeigt hat, sagt Thomas, mein Herr und mein Gott. Und er glaubt. Ich möchte heute Morgen ermutigen, die eigenen Zweifel offen vor Gott auszubreiten, in einem suchenden Sinn. Ich bin überzeugt, dass jeder Mensch, auch jeder Gläubige, Zweifel in seinem Leben kennt, wenn er ganz ehrlich ist vor sich selbst. Jeder Mensch kennt Zweifel. Die können ganz unterschiedlich sein. Es gibt vielleicht die Kopfmenschen unter uns, das sind diejenigen, die intellektuellen Zweifel kennen. Vielleicht sitzt du heute hier, sitzen Sie heute hier und denken, das kenne ich. Ich stelle mir schon durchaus die Frage, wie hat denn Gott das gemacht, bei der Schöpfung? Wie passt das mit den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, da Evolution und so zusammen? Hat Gott vielleicht, und man fragt sich das. Oder wie konnte Petrus übers Wasser laufen? Hat Gott da wie eine zusätzliche physikalische Kraft in diesem Moment wirken lassen? Oder wie ging das? Oder war das einfach, wie geht denn das? Oder existiert Gott wirklich? Gibt es Gott? Vielleicht kennst du auch solche existenziellen Zweifel. Oder auch den Zweifel nach dem Leid. Wie kann ein guter Gott all das Böse zulassen? All das so Zweifel, die vielleicht die Kopfmenschen unter uns vor allem kennen. Intellektuelle Zweifel. Dann gibt es andere, die sind vielleicht eher Herzensmenschen, die kennen vor allem emotionale Zweifel. So, wird Gott das Leid, das ich habe, mal noch lindern? Ich bete schon so lange, ich bete und bete und bete, wird Gott mein Gebet erhören. Oder schenkt Gott mir mal noch? Vielleicht jemand so den Wunsch, ich möchte doch mal heiraten. Schenkt Gott mir noch einen Ehepartner? Oder schenkt Gott uns noch Kinder? Wir wünschen uns so sehr Kinder. Oder schenkt Gott mir endlich eine Arbeitsstelle? Ich bin schon länger arbeitslos. Und man zweifelt daran, ob Gott das noch schenken wird. Vielleicht auch bezüglich Leid. Nicht im existenziell-philosophischen Sinne, warum kann ein guter Gott, sondern mehr, warum lässt Gott das bei mir zu? Hat Gott mich überhaupt lieb? Interessiert er sich für mich? Zu die Frage, also all das, was ich erlebe, habe ich nicht den Eindruck, dass Gott mich lieb hat. Man zweifelt der Liebe Gottes. Und ich möchte heute ermutigen, diesen Zweifel auch vor Gott auszubreiten. Egal, ob jetzt intellektueller oder emotionaler Art. Sagt bei uns in der Gemeinde, vor allem bei den jungen Menschen, dass ich mir wünsche, dass wir ein Ort sind, wo man Zweifel auch offen äussern darf. Wo wir gemeinsam nach Antwort suchen, ringen. Aber ich wünsche mir, dass wir den Zweifel in einem suchenden Sinn formulieren und nicht in einem ablehnenden Sinn. Ich kenne nämlich Menschen, ich erlebe Menschen heute in unserer Gesellschaft, die Zweifeln in ablehnendem Sinn. Die sagen, ich kann unmöglich an Gott glauben, weil es ist doch nicht möglich, dass ein Gott und so, und dann kommt irgendein Zweifelsatz und man nutzt diesen Satz, um nicht an Gott glauben zu müssen. Und man sagt, ich zweifle, die Wissenschaft hat doch längst bewiesen, die Bibel wurde sowieso falsch abgeschrieben und all die Kriege und Religion ist sowieso schlimm. Und man ist gar nicht offen für eine neue Wahrheit oder eine neue Antwort. Man nutzt den Zweifel als Grund, um nicht an Gott glauben zu müssen. Im Glaubensgrundkurs, wir haben es heute zweimal im Jahr einen Glaubensgrundkurs bei uns in der Gemeinde. Und da sage ich jeweils am ersten Abend, in diesem Kurs darf man zweifeln. Man darf alles, was ich ausführe, hinterfragen. Kritische Fragen sind erlaubt. Aber ich habe einen Wunsch für diese sechs Abende. Dass ihr an den christlichen Glauben die gleich hohe Messlatte legt, wie an euren eigenen Glauben, den ihr jetzt habt. Einfach die gleich hohe Messlatte. Also dass ihr nicht nur gegenüber dem christlichen Glauben zweifelt, sondern auch gegenüber dem, was ihr so glaubt. Ich stelle fest, dass viele Menschen, die zweifeln heute, sind sehr kritisch. Und ich finde es gut, wenn man kritisch ist, egal bei was. Es ist gut, wenn man da kritisch ist. Aber man sollte nicht nur alles anzweifeln, sondern auch die eigenen Zweifeln anzweifeln. Also ich stelle fest, dass Menschen, die zweifeln an allem, nur nicht an ihren eigenen Zweifeln. Das ist mein Wunsch. Wenn wir Zweifel haben, und dass wir auch an unseren eigenen Zweifeln zweifeln. Und jetzt muss ich euch etwas gestehen. So unter uns. Heute Morgen. Thomas ist mein Lieblingsjünger. Also zumindest sehr, sehr hoch im Kurs bei mir. Ich weiss nicht, welchen Lieblingsjünger ihr habt, wenn ihr einen habt. Manche sagen, Petrus, der war richtig im Schuss. Johannes, der durfte am nächsten bei Jesus fliegen. Oder der Philippus, der hätte immerhin das Geld wirklich ausgehend können. Der Judas konnte es bei sich haben. Ich weiss nicht, welcher euer Lieblingsjünger ist. Meiner ist Thomas. Weil ich kenne Zweifel. Und ich glaube, es gibt kaum einen Zweifel, den ich nicht schon hatte, intellektueller Art. Ich bin vielleicht auch eher so der Kopfmensch. Und ich kenne diese Zweifel, dass ich mich ernsthaft frage, ja, wie ist denn das? Und es gab mal den Moment, da habe ich ernsthaft in Frage gestellt, dass Jesus von den Toten leibhaftig auferstanden ist. Ich meine, ich bin Pastor, oder? Aber ich habe mich das wirklich gefragt. Warum? Weil ich habe die Bibel gelesen und stellte fest, man hat Jesus nicht mehr gekannt nach seiner Auferstehung. Die besten Freunde. Ich denke, das ist der Gärtner. Die Jünger nach Emmaus. Zwei Stunden liefen die mit dem und erkannten ihn nicht. Da ist doch naheliegend, dass derjenige, der sich da, der sich als Jesus ausgibt, oder? Dass das irgend sonst jemand ist. Und jetzt kommt Thomas. Und Thomas hat für mich gezweifelt. Er hat gesagt, und wenn ich nicht meine Finger in seine Wunden legen kann. Denn es gab damals wahrscheinlich im ganzen Universum keinen einzigen Menschen, der herumlief mit Wunden. Ausser Jesus. So mit Nägelmalen. Und Thomas hat gesagt, und wenn ich meine Finger in seine Wunden hineinlegen kann, in seine Nägelmalen, in seine Seite, dann glaube ich, es ist wirklich Jesus. Thomas hat also an meiner Stelle gezweifelt. Und er hat für mich bewiesen, dass wirklich Jesus hier derjenige war, der sich ihnen gezeigt hat. Dass sie da keine Halluzinationen oder so hatten. Noch etwas darf man Zeichen fordern von Gott? Ich persönlich meine, ja, man darf. Aber wir haben kein Anrecht darauf, dass Gott uns das Zeichen gibt. Ich habe manchmal so den Eindruck, wir Menschen sind schon unglaublich arrogant. Gott, wenn du nicht! Das ist unglaublich vermessend, so als wären wir in der Position Gottes und Gott in der Position des Menschen, dass er sich uns beweisen müsste. Aber wir können uns danach sehnen. Sagen, schenke Gott, ich möchte dich erleben. Ich möchte dich erfahren. Und dann schenkt Gott vielleicht ein Zeichen, vielleicht auch nicht. Die Frage ist auch, sehne ich mich nach einem Zeichen in einem suchenden oder in einem ablehnenden Sinn. Und ich sage, also solange ich kein Zeichen bekomme, werde ich nicht an dich glauben. Dann glaube ich, gibt es kein Zeichen. Aber wenn ich sage, Jesus, ich ringe darum, ich möchte dich erleben, dann höre ich sehr oft, dass Gott sich gezeigt hat, denn wer sucht, der findet. Letztlich aber geht es gar nicht um die Zeichen. Ich habe hier noch etwas Spezielles festgestellt, dass ich diesen Text ausgelegt habe. Nämlich, Jesus kam ja nach acht Tagen wieder durch die verschlossene Tür und dann geht er direkt zu Thomas, Vers 27 und sagt ihm, reiche deinen Finger her und zieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und jetzt, was macht Thomas? Und ich glaube, hier wird nichts ausgelassen, sondern er macht wirklich nichts, außer, dass er antwortet und spricht, mein Herr und mein Gott. Ich glaube, dass als Jesus zu ihm kam und ihm genau die gleichen Worte sagte, die er vorgesagt hat, da fällt Thomas auf seine Knie und sagt, mein Herr und mein Gott, er will jetzt gar nicht mehr seine Finger hineinlegen. Das Wort von Jesus genügt ihm. Gottes Wort genügt. Und ich stelle mir so vor, wie Thomas auf die Knie fällt und sagt, mein Herr und mein Gott, mein Herr, mein Kurios, mein Chef. Chef ist ja Lateinisch und die Lateiner unter uns wissen, das Wort Chef kommt vom lateinischen Wort kaputt. Also nicht mit kaputt oder so, sondern kaputt ist unser Haupt. Klar, das Haupt kann man auch kaputt. Aber auf jeden Fall kaputt ist Haupt und davon abgeleitet ist Chef. Und ich sage, Jesus ist unser Chef, unser Haupt. Unser Haupt, unser Kopf ist die Schaltzentrale. Dort, wo wir wollen, wo wir denken, wo wir fühlen. Und wenn wir sagen, Jesus, du bist mein Herr, dann sagen wir damit, Jesus, du darfst über meinen Willen, über mein Denken, über meine Gefühle bestimmend sein, über alles in meinem Leben, nicht nur über einen kleinen Bereich. Du bist mein Herr. Und dann sagt Thomas, mein Gott, er erkennt, dass Jesus Gott ist, die dritte Person, eine Person der Dreieinigkeit. Jesus ist ja derjenige, der auch mit dabei war, als wir geschaffen wurden, als Menschen. Und er wird uns Menschen einmal richten. Thomas sagt, mein Gott, du bist derjenige, der mich geschaffen hat und du bist derjenige, vor dem ich einmal Rechenschaft ablegen muss für mein Leben. Mein Gott. Mein. Spannend ist noch das Wort mein. Von Natur aus sind wir Menschen ja nicht in einer persönlichen Beziehung mit Gott, als unser Herr. Die Bibel sagt, wir sind durch die Sünde von Gott getrennt. Und genau deshalb wurde Jesus ja Mensch und lebte das Leben, das wir eigentlich leben müssten. um vor Gott bestehen zu können. Und dann ist Jesus gestorben und hat die Strafe getragen, die wir verdienen würden, weil wir ja nicht so leben, wie wir leben müssten. Und wenn wir das erkennen, dass Jesus für mich gelebt hat und für mich gestorben und auch verstanden ist, sagen, ja, ich kapituliere vor dir, ich bekenne mich schuldig, vergib du mir, dann kommt, Jesus vergibt uns die Sünden und kommt mit seinem Heiligen Geist in unser Leben und dann können wir sagen, mein Herr und mein Gott. Und ich frage heute, ist Jesus dein Herr und dein Gott? Darf er über dein ganzes Leben bestimmen? Bei Thomas stelle ich fest, dass die Erfahrung ihn zum Glauben geführt hat. Und zwar hat er etwas erlebt, er hat Jesus erlebt und dann hat er das Wort von Jesus gehört, das Wort Gottes und dann hat er geglaubt. Und jetzt sagt Jesus ihm, Thomas, darum glaubst du, weil du mich gesehen hast. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und damit meint Jesus uns, die wir Jesus ja nicht sehen und doch glauben. Und ich merke heute, dass genau das Gleiche immer wieder passiert, dass Menschen etwas mit Gott erleben, oft eine Schwierigkeit, in der sie drin sind und dann greift Gott ein. Und dann werden sie offen, besuchen einen Gottesdienst, Glaubensgrundkurs, eine evangelistische Veranstaltung, was auch immer. Und dann erleben sie, wie Gott zu ihnen spricht, Gottes Wort. Dann passiert Römer 10, 17, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Wort Christi. Und jetzt ist es so, wenn wir jetzt zum Glauben gekommen sind, dann geht der Glaube voran und die Erfahrung geht nach. Jemand hat es mal so verglichen, der Glaube und die Erfahrung laufen auf einer schmalen Mauer und wenn der Glaube sich umdreht, nach der Erfahrung gerät er ins Wanken. Das ist heute so bei uns. Wenn wir erfahrungsorientiert leben, im Glauben geraten wir ins Wanken, ins Zweifeln sehr oft. Der Glaube geht voran. Weiss nicht, vielleicht wünschst du dir auch mehr, mit Gott zu erleben. Ich schon. Also ich habe die Sehnsucht, dass der unsichtbare Gott noch viel sichtbarer wird in dieser Sichtbarkeit. Und ich wünsche mir das. Aber ich möchte mich immer am Wort Gottes festhalten und nicht an der Erfahrung. Wir wollen uns festhalten an der Verheissung von Jesus Christus. Ich bin bei euch alle Tage, auch wenn wir es vielleicht im Moment nicht so spüren. Und ich bin überzeugt, wenn wir uns festhalten an Gottes Wort, an seinen Verheissungen, dann werden wir immer wieder gewöhnliche und aussergewöhnliche Erlebnisse machen mit Gott. Zusammengefasst wollte ich heute folgende drei Dinge mitgeben. Wir brauchen einander. Nutzt die Gemeinschaft, so viel möglich ist und vor allem, wenn es dann wieder so unbedenklich möglich ist. Dann möchte ich ermutigen, zu zweifeln, und zwar im suchenden Sinn. Sagen, ja, ich habe hier meine Zweifel, ich breite das offen aus, ich bin offen, weil Jesus kennt ja meine Gedanken sowieso. Aber Jesus, ich sehne mich danach, die Wahrheit zu finden. Zeig du dich mir. Und dann zum Schluss noch Gottes Wort genügt. Auch wenn die Erfahrung ausbleibt, auch wenn wir wie ein Ostersamstag in unserem Leben haben und wir Jesus noch nicht erleben im Moment, so halten wir uns fest, an Gottes Wort, denn der Ostersonntag kommt. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir für diese Geschichte und dass du dich Thomas so wunderbar gezeigt hast. Ja, Thomas ist mein Lieblingsjünger. Ich kenne diese Zweifel. Ich kenne viele Zweifel. Ich glaube, hier sind auch einige, die kennen auch Zweifel, vielleicht intellektueller Art, emotionaler Art, wie auch immer. Jesus, bitte hilf uns, dass wir im Suchenden Sinn zweifeln. Dass wir offen sind für dich, für dein Reden, dein Wirken. Dann bitte ich dich, zeige du dich uns. Ich überlege mir immer wieder, so die Frage, die du gestellt hast, wollt ihr auch weggehen? Und dann die Antwort von Petrus, wohin sonst sollten wir gehen, Herr? Du hast Worte des ewigen Lebens und das erlebe ich immer wieder, Jesus. Das wünsche ich mir, wenn auch Menschen vielleicht die Gemeinschaft verlassen haben, sie neu merken, bei dir ist das ewige Leben. Jesus, oh, ich wünsche mir, dass wir dich noch viel, viel mehr erleben dürfen. Wie du Engel schenkst, du eingreist, du Wunder tust, heilst, innerlich, äußerlich. Wie wir erleben, du unsichtbarer Gott wirst sichtbar. Amen. Amen.